Hallo, in diesem Video nur kurz die Auflösung der letzten Hausaufgabe. War relativ einfach das Ganze, das Gericht erkannte auf Erpressung in Verbindung mit Computersabotage. Dafür gibt's zwei Jahre, zehn Monate und ein Stück Seife. Heise.de hat das Urteil am Dienstag ebenfalls aufgegriffen, insoweit war es dann nochmal einfacher. Wobei, wir haben die Hausaufgabe allerdings nicht gestellt, weil wir glaubten, dass da keiner drauf kommen würde, sondern eher, um zu zeigen, dass, wenn man es nicht richtig macht, dass man es besser gar nicht erst versuchen sollte. Wenn man sich die Urteilsbegründung durchliest, dann erkennt man recht schnell, dass der Angreifer das einzige Opfer in dem ganzen Szenario ist. Seit Kindheit alles falsch gelaufen. Da kann er allerdings natürlich nichts für. Er selbst, zumindest nach den Schulnoten, durchaus intelligent, bekommt aber dann die Kurve nicht mehr und schafft es am Ende nicht mehr auf die Geraden. Er streitet mit den Behörden um Sozialhilfe, die die Deppen allerdings scheinbar nicht zahlen wollen. Dadurch wird er dann gezwungen, eine Ausbildung, die ebenfalls durchaus erfolgreich verlief, abzubrechen. Insoweit ist das die eigentliche Warnung und die Lehre daraus. Viele sehen solch einen DOS-Angriff immer noch als Spielerei an. Der Staat und die Unternehmen aber scheinbar schon lange nicht mehr. Und wenn man sich mit denen anlegt, dann muss man aufpassen, dass man noch einen freien Stuhl bekommt, wenn die Musik aufhört zu spielen. Und wie gesagt, sonst gibt's ein Stück Seife und man fliegt raus. Er ist hier kassiert worden, weil er zu raffgierig wurde, wobei das Ganze ja aus Geldmangel überhaupt erst angefangen hat. Der durchaus anonyme Angriff ist durch das alte Mittel Geld zurückverfolgt worden. Daran hatte er offenbar nicht gedacht. Da hätte er mal besser unsere Videos geschaut, denn dann hätte er gewusst, dass man sowas mit Bitcoin macht. Das ist extra anonymes Geld. Für alle anderen heißt es aber natürlich, besser die Finger davon lassen. Es macht keinen Spaß, derjenige mit der Seife zu sein. Okay. Bis zum nächsten Mal.